Na, was ist denn das für eine dämliche Schnalle, die Alte, mit ihrer Frage, kann ich ja nicht verstehen. Wiss ich nicht. Aber mit solchen Leuten muss man sich ja nicht auseinandersetzen, ja. Das ist der gleiche Schrott, der ist schon rübergespappt von Facebook hier auf YouTube, wa? Der ganze Pöbel von Facebook, der da noch seinen Salm rausgerotzt hat, der rotzt jetzt hier raus. Ja, solche Leute musst du öffentlich machen und da machst du ein neues Video draus. Den sieht die sich mal und dann rafft sie vielleicht, was in ihrer Birne schief gelaufen sein könnte, wa? Aber eigentlich habe ich ja keinen Bock, mich mit so einem Müll auseinanderzusetzen. Das ist doch ein Eimer scheiße, solche Leute kannst du doch ignorieren. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Einfach ignorieren. Die haben ja sonst nichts, wa? Ja. Also ihr seht mir, geht das gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich werde mich gleich mal ein bisschen hinlegen, ja. Ja. Und, ähm, die 500-Follower-Marke, die knacken wir bald und das wird gefeiert. Ja, das wird auf unserer Seite gefeiert und wir sind ja spendabel. Es gibt Präsente. Und wir verlosen auch Wellness-Wochenende. Die verlosen wir hier auch. Jawohl. Genau. Wir haben nämlich ein kleines Hotel am Rande der Stadt, Berlin. Und, ähm, da könnt ihr ein Verwöhn-Wochenende genießen, zu einem besonders günstigen Preis. Ja. Nur die Hälfte. Ja.